und raus hier raus sagte ich ich brauche immer medizinische hilfe martin Seite Nummer 21 Oh nein, da ist einer tot Wenn die alle eingezeichnet sind, wird das hier wahrscheinlich die letzte sein in Venedig Zweifel das wohlverdiente Ende eines ehrlosen Lebens Edle Preise für edle Waren Dieser Mini-Sänger mit seinem komischen Bagno, der rennt mir immer wieder hinterher Das ist quasi wie in Assassin's Creed 1, diese Battler Habt ihr etwas Geld? Ist mir einfach nur der Spruch mit dem Arbeitsamt eingefallen Was man mit Unruhestiftern macht Was man mit Unruhestiftern macht, zeige ich dir gleich Man gibt ihnen übelst den Tritt ins Gesicht, Alter Ach, hat es da abgehauen, ja? Hat er Angst gekriegt Weil seine anderen drei Kupanen tot waren Naja, seine Sache Wieso werden mir jetzt weitere Seiten angezeigt? Achso, da war auch eine Seite? Wie kam das denn jetzt, dass ich da plötzlich eine Seite drin gesehen habe Muss ich mir die Folge selbst nochmal angucken Oder ich spule nachher nochmal zurück Wenn ich dann der Folge dann jeweils Den passenden Folgennamen geben muss Ich schaue mir wirklich jede Folge nochmal an Bei 30 Minuten kann man da quasi schon mal sagen Da gehen ein paar Tage drauf Gut, damit ist jetzt geschlossen Gut, damit ist jetzt nicht geschlossen Gut, damit ist jetzt nicht geschlossen Dann hast du mal Mann! Tod! Na, ein Irrer. Ihr habt recht. Ich bin ein Irrer. So. Jetzt dürften wir alle haben. Na, ach du Scheiße. Mach dich lieber aus dem Stau. Und wir schwimmen... ...dem Untergang entgegen. Nein, natürlich nicht. Wir schwimmen unserem Boot entgegen, das uns nach Forley bringen wird. ... 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